Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich will nicht spoilern, am Ende stirbt auch sie. Zumindest sieht es aktuell mal so aus, wenn man aktuell auf den Markt guckt. Und ich sage das noch mit einem Lachen. Ich weiß, dass der eine oder andere von euch jetzt überhaupt gar kein Lächeln auf den Lippen hat, wenn es darum geht, hier den Markt anzuschauen. Denn wir haben einen deutlichen Rücksetzer, der sich sogar noch ausgebaut hat seit gestern. Also es ist nach wie vor die Abwärtsbewegung natürlich die letzte starke Bewegung, die wir sehen. Wenn wir hier im 5-Minuten-Chart mal gucken, für alle Intraday-Freunde, bevor wir auf das große Bild gleich natürlich noch mal gucken. Die Abwärtsseite sehr, sehr, sehr stark. Stärker kann man sich es ja fast kaum vorstellen. Und wir sind allerdings aktuell in einer Aufwärtssituation. Zumindest mal seit dem Tief hier, beziehungsweise zeitgleich hier, sind wir jetzt hier. Das ist ganz klar eine Aufwärtsrichtung. Und wer jetzt sagt, naja, die Begeisterung hält sich in Grenzen, völlig zu Recht. Denn das, was wir hier sehen, das sieht massiv korrektiv aus. Das kann man auch daran erkennen, nicht nur, dass es kaum Vortrieb hat, sondern dass wir so viele Rücksetzer haben, die alle immer wieder in den gleichen Bereich reinlaufen. Und das ist die deutlichste Form einer Korrektivbewegung. Das heißt, das, was wir hier haben, das ist korrektiv oder C oder K, macht wie ihr wollt, eine Korrektur. Und das ist eine starke Trendrichtung. Wir haben kaum Gegenbewegungen und wenn, dann auch schon nicht wirklich überschneidend. Also da kann man durchaus sagen, also ziemlich klar, die Abwärtsseite ist die, die im Moment ruled sozusagen. Ja, also auf Kaufen eingestellt, wenn ich ehrlich bin, nein, nicht, wenn der Markt so stark läuft. Ich kann mir zwar vorstellen oder würde mir eigentlich wünschen, dass der Kurs ein bisschen noch mal hier hochkommt. Das kann man auch noch mal ein bisschen besser beziffern. Messt einfach vom höchsten Punkt, wo haben wir den höchsten Punkt? Oh je, der ist kaum zu treffen. Da oben höchster Punkt zum tiefsten Punkt. Dann wüsst ihr, dass ein typischer Rücksetzer natürlich bis dahin geht. Ob wir die erreichen, ist eine andere Geschichte. Er kann auch sagen, ja, wir machen mal heute die etwas kleinere Variante. Erreichen die quasi nicht oder, naja, so ansatzweise. Soll man also jetzt long gehen, wenn er da noch mal hingeht? Und also entscheidet selber, findet ihr das, was ihr hier seht, irgendwie attraktiv für die Longseite? Das ist doch ein ewiges Hin und Her gezuckel. Aus meiner Sicht nicht attraktiv. Wenn es aber in den nächsten Stunden wackelig dahin geht, vielleicht zumindest so die Unterseite. Jetzt habe ich es vor ehrlich schon mal wieder weggemacht. Ich habe die Namen gar nicht genannt. Ihr habt ja den Vorteil, ihr könnt notfalls das Video noch mal zurückspulen. Also das oder das tief, das ist eigentlich egal. Die sind gleich hoch. Also ich sage mal so, 12.400 wäre schon ganz cool, wenn wir das wackeligerweise erreichen. Das hätte dann den Charme, dass wir hier eine hinreichend große Korrektur haben mit guter Voraussetzung noch mal weiter nach unten. Nur wenn es jetzt extrem bullisch nach oben geht, dann haben wir immer noch das Problem, kann das nicht irgendwie so diese typische Seitwärtskorrektur sein? Nein. Also der Anstieg alleine würde mir nicht reichen, wenn der stark ist. Dann bräuchten wir wackelnd nach unten. Ich weiß, viele amüsieren sich über den Begriff wackelnd. Er ist ja auch nicht ganz. Ich sage immer spaßeshalber ein Fachbegriff der Erdbebentechnik. Aber es irgendwie wirkt das nicht so fachmännisch. Aber auf der anderen Seite hat es den Vorteil, dass wir es sofort erkennen, ob eine Bewegung die starke oder die schwache ist. Das muss man eigentlich nicht groß diskutieren. Also selbst wenn wir hier auf diesen kleinen Zeitebenen mal schauen, was ist die starke, was ist die schwache, die wackelige oder dreiwellige Bewegung, dann werdet ihr sagen, naja, gut sehen kann man das schon in irgendeiner Form oder die Unterscheidung vornehmen. Nochmal ein Tipp, wenn ihr es mal nicht könnt, auch mir geht das so, dass ich es manchmal nicht gut unterscheiden kann, dann ist da halt mal kurz Pause angesagt. Also habt bitte nicht den Eindruck, das muss ich jetzt immer erkennen können. Ganz häufig erkenne ich es auch nicht, dann weiß ich aber, wenn ich es nicht erkenne, ist es kein Trade. Wenn ich erkenne, das ist die schwache Seite, habe ich zumindest mal die Richtungsidee, wenn wir diese Marken da durchstoßen. Nicht zwingend die Länge, aber zumindest mal die Richtungsidee vorgegeben. Also ihr seht, Begeisterung für die Kaufseite nicht. Ich kann mir zwar gut vorstellen, dass wir so diese Zone hier erreichen. Je wackeliger, desto lieber wäre es mir. Wenn es wirklich steil ist, würde ich auf jeden Fall wackelig runter haben wollen oder dreiwellig korrektiv runter. Bleiben wir mal in der Fachsprache. Korrektiv runter und dann hätte man eine gute Voraussetzung, dass sich das nach oben nochmal ergibt. Aber das wäre wichtige Voraussetzung. Profis unter euch, die sich mit der Materie auseinandergesetzt haben, Es gibt halt auch die klassischen Flat-Korrekturen. Das könnte hier zum Beispiel der Fall sein, die dann nochmal hinten mit einer sehr starken Abwärtsbewegung laufen und dann eben die Trendrichtung, die wir vorher haben, sich fortsetzen. Also wenn wir jetzt hier irgendwie sowas hätten, wäre das ebenfalls möglich, aber nicht verwechselbar. Denn wenn das hier, also wenn er so schon anfängt oder in gleichem Ausmaß so, also ihr seht, das ist gleicher Ausmaß, aber sehr leicht unterscheidbar. Das wäre für mich ein Long-Szenario, wenn er da drüber geht. Das für mich wäre kein Long-Szenario, eher wie dann Short, wenn er dann da drunter geht. Also ihr seht, wohin das führt. Ich rede im Moment sehr stark für die bärische Seite, für den Nachmittag, für die nächsten Stunden, vielleicht dauert es auch ein, zwei Tage aufwärts, würde mich überhaupt nicht wundern. Da müsste man aber wirklich dann intraday unterwegs sein, um da Trading-Situationen mitzunehmen. Also sprich, im ganz kurzen, wenn ihr da diese Schübe und Korrekturen habt, wäre das durchaus anwendbar. Ja und im Großen, was soll ich euch sagen, dieses Tief ist schon wieder ein Tiefer als das. Das heißt, wir haben auch hier wieder Überschneidung. Das sieht nicht gut aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Begeisterung für die Long-Seite ist sehr, sehr angeschlagen. Ich weiß, dass viele im Moment von der fundamentalen Seite argumentieren, gerade die großen Player und sagen, das sieht nicht gut aus, das sieht richtig böse nochmal aus. Also die werden sicherlich keinen Kaufdruck jetzt initiieren. Und wenn der Chart auch noch so ist, das ist so das einzige Hilfsmittel. Viele Fundamentalisten, hätte ich fast gesagt, klingt jetzt blöd, aber viele große Player, die ja fundamental und langsamer aufgestellt sind, finden Kaufen total unattraktiv aufgrund der zugrunde liegenden Modelle. Okay. So. Hatten allerdings Long-Positionen erwogen, wenn der Chart halt extrem poschig nach oben ist. Ja, den haben wir ja nun gerade nicht mehr. Das heißt, von der Seite sollte eigentlich nicht wirklich viel Unterstützung aktuell kommen. Ich sehe es zumindest mal nicht, dass das kommt. Ich würde mich ja überzeugen lassen, wenn die Schübe wieder hochgehen und Korrekturen nach unten, dann nach oben gebrochen werden. Also das wäre dann in Ordnung. Aber hier aktuell, ich sehe es nicht. Und dementsprechend glaube ich, wenn da kein Kaufdruck ist, das gleiche natürlich beim S&P, das gleiche natürlich beim Dow Jones. Also ihr seht, das ist alles ziemlich das Gleiche. Malt auch hier mal mit Fibonacci rein. Grob könnt ihr euch so diese mittlere Zone mal vorstellen, aber ihr solltet ja auch ein bisschen Spaß am Chart haben. Beginn des Schubs war hier, also Start Fibonacci, Ende Fibonacci und dann 38, 20, 50, 61, 8er Marke. Da müsste der Kurs hingehen. Ja, und der DAX? Ja, der DAX in dem Konzert sieht auch nicht wirklich viel besser aus. Also man hat den Eindruck, dass auch der DAX die Abwärtsseite einfach mehr liebt. Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass der irgendeinen sinnvollen Grund hat, warum er sich dagegen stemmt. Die Marktteilnehmer sehen das ähnlich und sind ganz klar auf der Verkaufsseite. Also insofern bin ich da nicht super begeistert, was die Longposition angeht. Also ein bisschen ernüchternd für die Bullen unter euch. Kurzfristig allerdings, wie gesagt, realistische Chancen, dass wir diesen starken Abverkauf so mal ein bisschen konterkarieren. Wichtig dann allerdings, ob das korrektiv oder impulsiv ist, ist es korrektiv ganz klar die Abwärtsseite. Im Moment ist das mein favorisiertes Bild. Aber ich lasse mich gerne von den anderen Marktteilnehmern da eines Besseren belehren. Wenn der Kurs jetzt sehr steil hoch käme und dann wieder korrektiv runterkommt, naja gut, dann was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ich glaube Adenauer hatte das ja schon mal gesagt. Und das passt an den Märkten hervorragend. Und in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.